I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around, this empty town. We're searching for the lost and found. Whoop, whoop, whoop. Wir sind gerade am Vegas Frequency und haben einiges zu tragen. Aber es ist eine gute Konstruktion. Hi. Wow. Unfall. Randalieren. Alter. F*** you Selma, die einfach nur mit ihrem Rucksack daherkommen wird, während wir ihre Sachen schleppen. So, and you can always count on me. For sure. That's what we're friends are for. Aber warte, das ist zünnig. Und Anna, wie geht's da? Unsere netten Nachbarn helfen uns beim Zelt aufbauen. Was? Ja, also wir sind jetzt hier schon in unserem Zelt. Das ist nicht unser Sachenzelt. Unser Sachenzelt ist da drüben, wo alle unsere Sachen drinnen sind, damit wir hier Platz haben. Und jetzt gehen wir gleich schlafen. Es ist 23.05 Uhr. Wir haben sehr viele coole Leute kennengelernt. Wir haben heute verloren. Doppelpunkt. Ein Wagerl. Einen Camping-Sessel. Und wir haben alles verloren verloren. Und die selber hat meine Zahnbürste runtergehauen. Meine elektrische. Aber sie ist nicht einmal da runtergefallen, sondern ins Waschbecken. Das aber fünf Sekunden vorher, als jemand reinmachen wollte. Die Leute, mir geht und so fort. Und jetzt habe ich keine Zahnbürste. Jetzt brauche ich keine Zahnbürste, weil ich hasse, wenn ich nicht zähne. Good morning America. Good morning America. So, es ist heute eine weitere Ausgabe von Glamping. Das ist eculiert. Man bekommt den Privatsprässeur. Celestin von Beruf her. Von Beruf her. Wir haben jetzt Lektorinen. Wir haben eine Wassermelone ist da drinnen. Weil wir freaking healthy sind. Also, ich stehle sie. Ich habe noch nie Obst oder Gemüse am Freakon zu essen. Nur weil sie mit zwei Veganerinnen unterwegs ist. Wie viel Bier haben wir genommen? Sechs. 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 31. 3 3 4 5 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 6 5 5 Ich koste nicht mehr von der Dami und Salat. Warum nicht? Es ist eh nur meine Spucke. Okay, warte, ich mach's nur noch Stücke. Das war der Frequenz. Das war der Frequenz. Das war der Frequenz. Das war der Nummer. Ich bin schon im... Ich bin schon in der Gruppe. Im Date Park. Ich weiß nicht, mal schauen. Ich weiß nicht. Ich denke, das ist der Frequenz. Werner, der Frequenz, Markus, Tobias... Da ist es Nico. Wir kennen alle! Unsere Gruppe. Wir machen was. Wir machen was. Wir machen was hier. Und dann macht sie wieder. Dann macht sie wieder. Das ist richtig. Ich will sagen, dass wir alle nüchtern sind und uns schön und... Ananas! Du wirst nicht sein, deshalb pushen wir auf dem A**en greifen. Nein, nein, nein. Ich bin kein Feminist. Sicher bist du Feminist? Ich habe drei Schwester und ich muss Feminist sein! Ja, danke! Festival-Tipp Nr. 1 Das heißt Eienz. Nehmt, wenn ihr in einen Bacherlfluss oder Ähnlichen geht, wenn ihr auf einem Frequency oder auf einem Festival wahrscheinlich seid, nehmt keine Sachen mit, die unnötig sind. Zum Beispiel, ich habe deine Hose, die ich vorher angehabt habe, brauche ich nicht. Das Leiber will ich am liebsten ordentlich anhaben, weil es nass wird. Scheiß Sonnencreme schlüht sich davor ein. Hallo Dani! Hallo, ich habe keine Sonnenbrille. Ja, wir haben gerade einen Camping-Sessel gegattert. Also H-Maria mit Maria mit 5 A und R und 2 R. Was passiert da? Hallo? Folgt diesen zwei Girls. Diese Girls sind voll die Influencer und wir finden sie alle super. Ach so, das ist ein Video. Hallo! Hallo! Dave, 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 Dave! Von Rosazio? Aus Eisenstadt. Das ist ja da bei Graz irgendwo, oder? Oh nein! Das ist ja da bei Graz! Das ist ja da bei der Brau! Also wir sind gerade im Sanitäto-Zelt. Es ist nicht so schlimm. Es ist kein Blut drin. Nein, überhaupt nicht. Aber das passiert anscheinend, wenn man sich schlägt. Okay, also wir waren bei Young Huren. Ich glaube, ich habe gezählt in der sechsten Reihe oder so. Ich habe gezählt. Das ist ein Fakt. Ich glaube, mein Gehirn setzt gerade aus. Es ist die ganze Zeit voll hin und her. Und ich habe alle in der Uhr gedrängt. Es war saue, irgendwie sind alles zurückstanden. Und dann bin ich auf den Boden geflogen. Und dann habe ich einen Ellbogen gespürt. Und dann habe ich mir gedacht, das war ein Ellbogen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, cool. Das war der einzige, und ich sehe mich. Wenn du bist, ich bin ein Sänger. Aber das sind so viele Leute. Ah, nicht fürs Kühlen. Das ist zu klein. Ich dachte nicht. Yo, was hast du für ein iPhone? Sechstes? Sechstes ist das. Ich habe jetzt einen Akkus geholt, weil der Akku ist viel besser Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ist das in der Decke? Ist das in der Decke? Ja. Das ist das in der Decke? Das ist das in der Decke? Das ist das in der Decke? Das ist das in der Decke. Ich dachte. Ist das in der Decke? Nachts nicht das hat, ich sehe. Das hat ich verschiedene Gesch Inteligenazden. Die Loyalien deixen. Wenn auch da wiederkommen Sie! Bis zum nächsten Mal.